hey freunde herzlich willkommen zu einem neuen video in minecraft ja ich habe hier eine alexa gebaut und heute ist mal luis mit dabei sagt hallo luis hallo ja ihr könnt ihn leider nicht sehen weil er mir hier gerade bei diesem video nur zuguckt und ja ich wollte euch heute mal eine lichtalexa zeigen ihr fragt euch so ja was hat der sich jetzt schon wieder ausgedacht eine lichtalexa ist eine alexa die eures licht spielt ich kann das mal zeigen es hat ultra viel ja ich habe sehr viel deko und schön ist eigentlich sehr viel hässlicher aus ich habe schön versucht schön zu machen sehr viel deko reingebaut und zum glück wird gerade dunkel das heißt wir können auch direkt mit dem video dann auch euch zeigen wie das hier alles auch funktioniert ja hallo ich bin die licht alexa ja das ist halt die lichtalexa und die kann halt licht machen ich will rotes licht die macht mir rotes licht ich will oranges oranges gelbes ja und dann hat immer und immer so weiter hast du hier steht auch schon alexa und ja so sieht es halt hier aus könnte ich gerade noch ein bisschen reinbuddeln ich wollte auch mit diamanten machen und ja also ich hoffe ich werde ein video zu ihr machen auf jeden fall ja noob tv julian also ich finde ihn sehr korrekt guckt immer bei tik tok vorbei bei adria das über philippe die ist ziemlich krass die macht coole videos okay ja das war es eigentlich wieder mit dem video ich wollte euch nur kurz zeigen was das hier alles ist was das für eine coole alexa ist was das für ein nice spiel ist und tschüss bis zum nächsten mal und j louis war auch schon heute wieder zum ersten mal mit dabei ja tschüss